Stöckli ist 1935 in Wohlenhausen im Kanton Luzern gegründet worden. Seit über 85 Jahren produzieren wir am Wirtschaftsstandort Luzern Swiss Made Cheese und exportieren sie weltweit in über 40 Länder. Die zentrale Lage ist für uns auch von Vorteil bezüglich Kundenansprache mit unseren 45 Fachhändlern schweizerweit, aber auch die Ansteuerung von unseren 15 eigenen Standorten und natürlich besonders wichtig die Rekrutierung von Spezialisten, regional und überregional. Für uns als Skihersteller ist es auch wichtig, dass wir die Ski testen können, idealerweise das ganze Jahr, was auf dem Gletscher vom Titlis möglich ist. Weiter schätzen wir die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Behörden des Kantons Luzern, wo immer wieder schnelle und auch pragmatische Lösungen möglich sind. Natürlich sind auch die steuerlichen Rahmenbedingungen ein Standortvorteil von diesem wunderschönen Kanton. Die Stadt Luzern hat ein vielseitiges und attraktives kulturelles Angebot, eine eigene Universität und auch eine technische Fachhochschule, was für uns besonders wichtig ist, weil wir immer wieder Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit ihnen zusammen durchführen können. Die Stadt Luzern Die Stadt Luzern